Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir von Fußball Inside, der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport, wir haben natürlich auch ein Herz für unsere Amateure. Martin Ernst ist bei mir. Hi Martin. Hi. Für den Reviersport natürlich auch bei allen Amateurvereinen im Bilde. Und Rot-Weiß-Oberhausen, da haben wir vergangenes Wochenende gehofft, dass da ein Wunder passiert, dass die wirklich diese Chance nutzen und in die dritte Liga aufsteigen. Am Ende hat es nicht gereicht. Standen sie sich selber im Weg? Ein bisschen vielleicht schon. Wenn man das so sagen kann, dann haben sie es eben zu Hause verspielt. Es geht jetzt nicht nur um das letzte Spiel, sondern man hat die letzten drei Heimspiele einfach nicht gewinnen können. Gegen Köln zwei Untergang, 1 zu 6. Gegen Rot-Weiß 1 zu 1 gespielt nach einer schwachen ersten Halbzeit. Und dann hat man es einfach verpasst, auch im letzten Spiel gegen Verl. Man geht ja schnell 1 zu 0 in Führung, war eigentlich optimal. Traumtor. Traumtor, 1 zu 0, schnelle Führung, genau das wollte man haben. Und dann hat man es verpasst, eben Druck weiter aufzubauen auf Viktoria Köln. Lag dann plötzlich 1 zu 2 hinten. Das war dann auch eben, ist ja eben in so einem Spiel, die sagen ja immer alle, die kriegen nichts mit von den Ergebnissen. Ach fuck, ist man mit immer informiert. Und dann hat man in Köln auch mitbekommen, okay, Oberhausen, die Kinden, es ist noch nicht ganz so schwierig und ganz so schlimm. Und wenn man dann gehört hätte, okay, wir führen jetzt 3 zu 0 oder die Oberhausen haben die zweite, dritte nachgelegt. Die stand ja erst 0 zu 0, Viktoria Köln. Es stand lange 0 zu 0, bis zur 70. Minute. Dann hat Wunderlich dann das 1 zu 0 gemacht. Dann wäre der Druck enorm geworden. Und das hat Oberhausen einfach verpasst, den Druck weiter zu erhöhen auf Viktoria. Und das muss man sich natürlich auch ein Stück weit selbst ankreiden lassen. Wenn man von den letzten drei Heimspielen keins gewinnt, dann reicht es eben nicht. Aber man sollte jetzt nicht zu kritisch mit Erwyo umgehen. Wir haben schon eine Riesensaison gespielt, gar keine Frage. Weit über den Erwartungen auf jeden Fall gespielt. Und trotzdem diese Chance, und da wird man sich auch mit Sicherheit drüber ärgern. Klar überwiegt dann erstmal der Stolz, zumindest kompensiert man das so. Glaube ich eher nicht. Man hat, und das werden sie auch wissen, wenn sie es irgendwann mal bei einem Weinchen im Urlaub drüber reden, dann werden sie wissen, dass sie eine Chance wirklich vertan haben. Denn Viktoria Köln war alles andere als souverän, hat noch nicht mal einen Punktschnitt von 2,0 erreicht. Also ich glaube, das war die niedrigste Quote, die ein Aufsteiger hier erzielt hat in den letzten Jahren. Und da muss man wirklich sagen, dass RWO da eine riesige Chance verpasst hat. Schade. Ich kann ja, ich glaube auch, was du sagst, das mit diesem Stolz und so jetzt, das macht der BVB ja auch, haben wir in der aktuellen anderen Folge auch drüber gesprochen, gerne auch reinhören. Wir haben mit meiner Mannschaft, haben wir drei Jahre gebraucht, bis wir von der Kreisliga eine Bezirksliga aufgestiegen sind. Immerhin. Aber zweimal Meister geworden und in der Aufstiegsrunde das jeweils verbaselt. Da sagst du ja auch nicht, wir sind stolz, wir sind Meister geworden. Da denkst du dir, meine Fresse, wieso sind wir wieder nicht aufgestiegen? Ich glaube, das wird schon so sein. Ja, klar. Gut, bei Oberhausen waren es eben ganz andere Voraussetzungen. Man hat ja wirklich nie irgendwie damit gerechnet, dass man dann nochmal so in den Aufstiegskampf eingreifen kann. Da lagen ja zwischenzeitlich elf Punkte dahinter während der Hinrunde. Ja, da war, glaube ich, Mike Theranova sogar kurz vor der Entlassung. Also, sagen wir mal so, kurz vor der Entlassung ist vielleicht ein bisschen weiter ergriffen, aber man hat zumindest darüber diskutiert, nachdem man gegen Karl Mariemorgen in den letzten da noch eine Führung zu Hause verstellt und verloren hat. Das sah wirklich nicht gut aus, phasenweise. Man hat sich dann wieder aufgerafft, ist nach vorne gekommen, hat den Rückstand ja fast verkürzen können, fast komplett, wäre dann fast aufgestiegen. Aber man hat eben dann eine riesige Chance verpasst, indem man keins der letzten drei Spiele gewonnen hat. Und da ist es dann wahrscheinlich die Entscheidung gefallen, wahrscheinlich nicht im letzten Spiel. Aber der Kader bleibt zusammen. Das ist richtig. Theranova bleibt. Mike hat schon längst verlängert, hat ja seinen Fußballlehrer gemacht, hat sich durchaus für andere Aufgaben empfohlen. Aber ich glaube, das ist halt ein Trainertyp, der einfach wirklich nach Oberhausen passt. Ich kann ihn mir irgendwie nicht woanders vorstellen. Er ist halt ein waschechter Oberhausener, eine Ikone dort. Er wird da sehr respektiert. Er macht eine gute Aufgabe, hat verlängert, ist positiv für den Verein. Den Sportschiff hat man verloren, geht ja zu Rot-Weiß-Essen bekanntlich. Johann Nowak wird da morgen vorgestellt, hat da aber einen Ersatz wieder aus den eigenen Reihen gefunden. Also hat dieses Ding Nowak kopiert, hat Patrick Bauder nochmal geholt. Das ist auch ein ehemaliger Spieler, der auch aus Verletzungsgründen eher aufholen müsste. Das ist auch ein schlauer Kopf, ich kenne ihn ganz gut. Ich denke, dass es gut hinbekommen wird, wird sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen. Der Mann ist 29, ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Position. Die ganzen Abläufe, die muss er lernen, da muss er sich reinarbeiten, dass wir das schaffen. Aber ich denke, dass RBO für die nächste Saison ganz ordentlich aufgestellt ist und man hat natürlich jetzt auch Blut geleckt, ist ja klar. Die Jungs wollen hoch, die sind Zweiter geworden und wenn man Vizemeister wurde, will man nicht Fünfter werden, ist dann klar. Man will angreifen, kann den Kader einigermaßen zusammenhalten, hat es dann auch mal ein, zwei Leute jetzt schon geholt. Mit Stenzel von Bonner SC, noch ein Stürmer, Profiter, ein erfahrener Verteidiger, der früher bei Rot-Weiß-Essen war. Aber hat dann noch ein, zwei Jungs auf dem Zettel und ich denke, mit RBO wird er mit dazu rechnen sein. Rot-Weiß-Essen ist ein gutes Stichwort, das wird dann auch ein Duell sein, weil die blasen ja auch zum Angriff. Ja, die blasen, aber das hat man schon seit sieben Jahren jetzt schon gehört bei Rot-Weiß. Also von Rot-Weiß möchte ich erstmal Taten überhaupt sehen. Also es wird immer viel erzählt bei Rot-Weiß-Essen seit dem Aufstieg 2011. 2011 ist man aus der Oberliga in der Regalliga aufgestiegen, hat dann ein Jahr später den Trainer Waldemar Wrobel entlassen, im Jahr 2012, mit der Begründung, dass man ihm den nächsten Schritt nicht zutraue. Damals lag RWE auf Platz 8. Acht Jahre später hat man die Saison auf Platz 8 abgeschlossen. Wo ist der nächste Schritt? Wo ist der nächste Schritt? Das fragt man sich bei Rot-Weiß schon seit sieben Jahren. Hat eine desolate Saison hinter sich gebracht. Ging ja anfangs gut los, nach sechs Spielen hatte man 16 Punkte. Da war die Euphorie da, fünfstellige Zuschauerzahlen bei jedem Heimspiel, auswärts sind ein paar tausend mitgefahren. Da hat man einfach wieder gemerkt, was in Essen überhaupt möglich wäre, wenn da mal wirklich Erfolg eintreten würde. Aber danach wirklich ein kolossaler Einbruch. Warum? Hat 30 Punkte gut aus 28 Spielen, das ist die Bilanz eines Absteigers. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Die haben 46 Punkte geholt, sieben Punkte sogar nur über einem Abstiegsplatz. 18 Punkte hinter Oberhausen. Das ist ein Desaster. Das ist wirklich ein beschäbendes Ergebnis. Die Spieler sollten sich dafür schämen, dass sie da wirklich so dermaßen abgeschmiert sind in den letzten Wochen und Monaten. Und die Gründe dafür? Schwierig, schwierig. Man hat ja durchaus Potenzial gehabt. Kai Pröger wäre in der Hinrunde dann auch in Essen geschmiert, der bei Paderborn jetzt durchgeschaltet ist, in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ja, und Chip Hanik, der jetzt zum MSV Duisburg wechselt, da sind ja gute Jungs dabei gewesen. Der Kader gibt eigentlich mehr her oder hätte mehr her gegeben. Da muss ich natürlich ein Stück weit auch den Trainer hinterfragen, ist ja gar keine Frage. Carsten Neitzel, man ist der Meinung, man hat den richtigen Trainer. Ich sehe es anders nach dieser Saison, ganz klar. Ja, also wenn sie ihn behalten, natürlich werden die jetzt jeden Stein umdrehen in Essen. Ganz klar, man hat jetzt auf Jan Nowak gewartet, man wird sicherlich jetzt in der Analyse gehen, auch über Neitzel sprechen. Eine Veränderung ist eigentlich nicht zu erwarten, man vertraut ihm schon. Ja, man sagt, er macht eine gute Arbeit drumherum, aber er muss sich ja auch den Ergebnissen messen lassen. Und die sind einfach absolut desolat. Ja, das ist für Rot-Weiß Essen einfach wirklich eine Bankrotterklärung. Jetzt wäre ja der Worst Case dann noch gewesen, wenn RWO hochgegangen wäre, dann wäre natürlich bei Essen, glaube ich, Land unter gewesen. Das wäre im Fennlager natürlich, man hätte zu einigen Sticheleien geführt. Aber ja gut, ich glaube aber auch schon, dass die Essener es den Oberhausern ein Stück weit sogar gegönnt hätten. Ja, man hat da, glaube ich, auch dann geschätzt, die Arbeit, die dort geleistet wurde. Ja, mit geringeren finanziellen Mitteln, dass man da was aufgebaut hat, das würde man sich natürlich auch in Essen wünschen. Jetzt kommt natürlich der Mann, Jan Nowak, der mit dafür verantwortlich war, dass Rot-Weiß Oberhausen diesen großen Schritt gemacht hat, der geht jetzt nach Essen. Und das hat ja durchaus auch ein bisschen Brisanz geboren. Das hat natürlich ein Geschmäckle, klar, natürlich, das wurde ja auch intensiv diskutiert. Das hat man Jan Nowak natürlich auch als RWO-Fern nicht verzeihen können, ist ja ganz klar. Ja, da ist man beim Tabellenzweiten, hat die Chance aufzusteigen und wechselt dann zum Konkurrenten, zum Rivalen, zum Erzfeind. Warum er das macht? Weil er bei Rot-Weiß Essen mehr Potenzial sieht. Man hat einfach das Drumherum, das Umfeld, das riesige Stadion, das Fanpotenzial. Ich glaube, Jan Nowak hat erkannt, dass man bei Rot-Weiß einfach ein Stück weiterkommen kann als mit Oberhausen. Klar, er hätte da mit der RWO aufsteigen können, aber ich glaube, dann dritte Liga, wenn man sie überhaupt hätte finanzieren können in Oberhausen, das wäre Ende der Fahnenstange gewesen. Und in Essen sieht Jan Nowak einfach so einen schlafenden Riesen. Ich habe mich mal mit ihm unterhalten kurz danach und er hat mir dann auch erklärt, dass es irgendwie, ja, dass es ein Riesenpotenzial da ist in Essen. Dass er das erkannt hat und dass er glaubt, dass man mit RWE weit kommen kann. Und aus dem Grund hat er es getan. Kann ein RWE-Fan natürlich aufgrund der aktuellen Situation nicht wirklich verstehen. Aber ja, dafür muss er natürlich erstmal Erfolg haben. Hast du Hoffnung, dass es mit RWE aufwärts geht in der nächsten Zeit? Schwierig. Ich sage mal, in der nächsten Saison wird es nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Ja, Viktoria ist zwar raus, ja, ein Dauerrivale, dafür sind Fortuna, Köln und Lotte abgestiegen. Ja, zwei einbeziehende Mannschaften, die in der nächsten Saison wieder angreifen wollen. Oberhausen, Wilzwissen, Rödinghausen und man hat eben nächstes Jahr wieder das Handicap, dass man in die Relegation muss. Also so einfach wie in diesem Jahr wird es mit Sicherheit nicht. Selbst wenn man eine gute Saison spielt und man schafft es mal oben mitzuspielen, muss man das erstmal schaffen. Das ist ein riesiger Schritt. Also ich sehe es eher skeptisch, zumal es ja jetzt auch einen großen Umbruch geben wird. Das musst du ja auch erstmal alles finden. Ich denke nicht, dass sie momentan den richtigen Trainer dafür haben, der ja auch dadurch extrem unter Druck stehen wird. Wenn die ersten Spiele in die Hose gehen, dann wird es unangenehm für Neitzel, ganz klar. Ich glaube, es ist eine Streitpersonale im Moment bei Rödinghausen. Ich bin da von außen. Sagen wir mal so, die verantwortlich vertrauen ihm. Die sagen, er macht eine ordentliche Arbeit, er gibt Gas. Und die Fans? Und bei den Fans wird es auf jeden Fall sehr, sehr kontrovers diskutiert. Also ist ja auch klar. Da haben die auch einen Grund zu. Wenn man Achter wird mit einem wirklich guten Kader, 18 Punkte hinter Rödinghausen landet, dann muss sich auch der Trainer hinterfragen. Ist ja klar. Warum hat er nicht mehr ausgeholt aus dem Kader? Aus einer Mannschaft, die eigentlich funktionieren kann. Das hat man ja in den ersten Spielen gesehen. Man hat zwar nicht den schönsten Fußball gespielt, aber... Das ist ja auch egal. Oder eigentlich im Endeffekt? Im Endeffekt ist es egal. Aber Fakt ist, er muss sich an den Ergebnissen messen lassen und es ist einfach zu wenig. Ja, und er hat es auch nicht mal geschafft irgendwie. Ich meine, Neitzel kann jetzt auch nicht sagen, er hätte nicht die Finger im Spiel gehabt bei der Kaderplanung. Er ist damals im März, glaube ich, gekommen. Hat also quasi dann noch ein paar Monate in der alten Saison gespielt. Hat dann auch mit ein paar Entscheidungen getroffen. Und hat sich zum Beispiel auch für die neue Nummer 1, für Lukas Reda entschieden. Das war ein Torwart, der kam aus Portugal, beziehungsweise dann aus England. War in Portugal in der ersten Liga, hat bei Bayern München trainiert. Der hat sich den Mann angeschaut im Probetrain und hat gesagt, das ist meine neue Nummer 1. Hat ihn dann ein paar Monate später wieder abrasiert. Muss sich natürlich auch ein Stück weit der Trainer gefallen lassen. Ja, keine Frage. Vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber durch solche Entscheidungen machst du dich ja dann in der Mannschaft auch nicht ganz so beliebt. Das hat Domenico Tedesco ja bei Schalke mit Färmer Nübel da auch gehabt. Wie ist denn, zählt da das Argument, Verletzungen für dich dann eher nicht so wirklich dann? Das bringt er ja öfters mal an. Aber natürlich ist es manchmal eine Erklärung. Gerade am Anfang der Saison, als es dann nur einen kurzen Einbruch gab im September und Oktober, da hat man ein paar Probleme gehabt. Da war Pröger vier Wochen geschwert, da fehlte Platzsäck verletzungsbedingt. Aber das kann nicht der Grund sein, dass man dann nur noch 30 Punkte aus 28 spielen wollte. Das geht nicht. Das lasse ich auch nicht gelten, das ist zu billig. Der hätte vielleicht einfach mal ein Zeichen setzen müssen. Auch da, im Vergleich, Rot-Württemberg ist immer so ein Stück weit mit dem VfL Bochum. Man versucht es auch da mit einem Stamm, mit einer Achse seit Jahren und kommt eigentlich nicht über den Mittelfeldplatz hinaus. Und dafür gibt es auch Gründe. Ich glaube, dass man es auch erkannt hat, dass man da einige Altschützöpfe abschneiden muss. Timo Bauer war jetzt ein Opfer, er muss jetzt gehen. Jemand, der sehr beliebt ist beim Publikum. Berge-Borbecker-Junge, aufgewachsen ist in Essen, der immer durch seinen Einsatz überzeugt. Aber da hat man einfach gesagt, okay, das reicht jetzt nicht. Der wurde ja als Heilsbringer geholt und konnte jetzt auch nicht wirklich die Erwartung erfüllen. Und da gibt es sicherlich noch ein paar andere Personalien, über die man sprechen muss. Zum Beispiel? Benjamin Bayer, Kapitän, ist auch nicht unumstritten, muss man einfach so sagen. Als Spielführer, als Führungsspieler muss er natürlich auch extrem Leistung bringen. Das ist ja ganz klar, um geschätzt zu werden in der Mannschaft. Das hat er nicht geschafft in diesem Jahr. Das war eher bescheiden, was er da auf den Platz geliefert hat. Und auch das ist jemand, der bei den Fans kontrovers diskutiert wird. Und da müssen einfach auch Entscheidungen getroffen werden. Er hat noch Vertrag im nächsten Jahr. Und da muss sich RWE überlegen, ob man da nicht vielleicht mal mit einem neuen Kapitän in die Saison geht. Aber es wird auf jeden Fall einen großen Umbruch geben. Es wird einen Umbruch geben, ja. Das auf jeden Fall. Das hat man betont. Das strebt man auch an. Und das muss natürlich erst mal funktionieren. Wenn man jetzt 15 neue Leute holt, wenn es überhaupt so viele werden, aber auf jeden Fall mindestens 10 Leute, die da neu kommen, dann passt ja auch nicht jeder Transfer. Wirtschaft sieht ja momentan sehr gut aus. Durch den Guitano-Deal hat man sich ja ein paar Millionen gesichert. Ich denke schon, dass da im Hintergrund ganz gute Arbeit geleistet wird. Markus Ulich ist ja wirklich regelmäßig unterwegs. Er hat es geschafft, da einige potenzielle, also einige gute Sponsoren in dem Verein zu binden. Und finanziell ist die Basis da. Nur jetzt muss man natürlich schauen, dass man eben die entsprechenden... Das mit sportlicher Kompetenz füllt, ja. Das mit sportlicher Kompetenz füllt. Jörn Nowak wurde dafür geholt. War der Architekt des Oberhausener Erfolges. Mit wenigen Mitteln? Mit deutlich geringeren Mitteln. Jetzt hat er mehr Mittel. Mal gucken, was wir es gern. Werden wir schauen. Schauen wir mal, warten wir es ab, wie es RWO und RWE machen. Ein Verein, da machen wir es komplett, die Westrunde Wattenscheid 09. Halleluja, sie haben es geschafft. Mit einem überzeugenden Sieg gegen Strahlen. Das stimmt, ja. Also da gab es dann auch einen schönen Platzsturm. Also endlich mal wieder gute Nachrichten aus Wattenscheid. Und jetzt Peter Neururer, die Ikone aus Bochum. Schalke-Trainer gewesen, Köln-Trainer gewesen. Der soll jetzt einen Regionalliga-Kader auf die Beine stellen, der konkurrenzfähig ist. Kann er das? Also seien gegönnt, dass sie es auf jeden Fall geschafft haben. Denn ich glaube, ein Abstieg in die Oberliga, das wäre so wie das Todesurteil gewesen für Wattenscheid 09. Davon hätte man sie nicht mehr erholt. Glaube ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja so immer für Wattenscheid schwierig gewesen in den letzten Jahren, finanziell. Die waren ja fast pleite jetzt. Die Crowdfunding-Aktionen gewesen in dieser Saison. Absolut. Wichtig wird sein, dass man Ruhe reinbekommt. Dass man einfach Stabilität in den Vereinen bekommt. Dass sich an Absprachen gehalten wird. Dass einfach wirklich mal eine Saison gespielt wird, wo es keine Probleme im Hintergrund gibt. Das war ja nie der Fall in Wattenscheid. In Wattenscheid gab es ja immer Ärger. Aber ist ja auch jetzt so. Neuro hat ja auch gesagt, das läuft hier nicht alles so richtig. Nein, es läuft natürlich nicht so rund. Also von professionellen Strukturen ist Wattenscheid natürlich weit, weit entfernt. Die müssen natürlich erstmal gelegt werden. Und man muss es schaffen, dass man Farad Toku auch dann binnen dem Verein, dass er bleibt. Das ist natürlich jemand, der hervorragende Arbeit geleistet hat. Ihm allein hat man zu verdanken, dass man noch in der Regionalliga spielt. Weil er mit deutlich geringeren Mitteln als Konkurrenz es geschafft hat, immer wieder konkurrenzfähig zu sein. Ist natürlich jetzt auch jemand, der dann bei anderen Vereinen im Fokus ist. Ist doch ganz klar. Und er hat zwar noch nicht den Fußballlehrerschein. Der wäre ihm eigentlich auch zu gönnen. Den hat er noch nicht. Deswegen wird wahrscheinlich der eine oder andere Drittligist zweifeln, ob er ihn holen soll oder nicht. Oder auch der ambitionierte Regionalligist. Aber Fakt ist, er hätte eigentlich eine Chance mal verdient gehabt. Wenn es Wattenscheid schafft, ihn zu halten, dann hat man ein ganz gutes Fundament. Mit Neuro war jemand, mit dem man eigentlich ja auch an Sponsoren rangehen kann. Das ist ja eigentlich ein Gesicht des Ruhrgebiets. Mit so jemandem kann man ja durchaus es mal schaffen, so ein paar Gelder zu generieren. Der garantiert ja dann auch Medienpräsenz zum Beispiel. Der hat eine große Medienpräsenz, genau. Und ein bisschen Ahnung vom Fußball, der Peter ja auch. Ja, die wollen wir ihm nicht absprechen. Die wollen wir ihm natürlich nicht absprechen. Ob er die dann in der Oberliga, Regionalliga in den unteren Ligen hat, das weiß ich noch nicht. Aber er ist ein schlauer Kerl. Und ich glaube, es gibt schlechtere Lösungen, als Peter Neuro war da zu haben. Auf Facebook habe ich gesehen, hat ihn, glaube ich, einen Spielerberater aus der Regionalliga irgendwie angeschrieben. Ich habe gute Spieler. Ich bin so in die Richtung. Und Peter meinte dann, ja, schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Also der wird ja mit diesen Kollegen da, die dann in der Regionalliga rumwuseln, da schon ein bisschen Probleme kriegen. Da wird sicherlich ein Kulturschock sein für den Peter. In der Regionalliga. Da hat man ja dann schon ganz andere Bedingungen, als noch in der Bundesliga. Aber ich träume das schon zu, dass er die Situation einschätzen kann, dass er ein paar Jungs dann auch motivieren kann zu bleiben. Ist ja immer das Problem mit Wattenscheid. In der Regel sind es Einjahresverträgen. Man hat einfach nicht die Mittel, um die Jungs mit zwei, drei Jahresverträgen auszustatten, um vielleicht auch mal eine Ablösesumme zu generieren. Deswegen ist es immer ein Kampf von Saison zu Saison, dann eine Mannschaft wieder aufzubauen, die Jungs zu halten, die Angebote bekommen für eine ordentliche Spielzeit. Da wartet viel Arbeit, aber der Grundstamm wird erstmal gelegt mit dem Klassenerhalt. Neurore hat die nötige Kompetenz, um was aufzubauen. Farad Toko ist ein vorheriger Trainer, den man jetzt erstmal halten muss. Das ist absolut der erste Schritt. Das ist die Basis für einen weiteren Erfolg in Wattenscheid. Und dann kann man sicherlich eine ordentliche Rolle spielen in der Regionalliga. Ich wollte jetzt auch den Beratern auch nicht die Kompetenz absprechen. Nein, das nicht. Es ist natürlich, dass Peter Neurore diese Spieler, die ihm dann angeboten werden, vielleicht einfach nicht so kennt. In der Regionalliga meldet sich natürlich aber auch mal so der eine oder andere semi-seriöse Berater. Ich denke, der Peter wird es schon einschätzen können, wem er da reden kann und wem nicht. Alles klar. Also ich habe, wenn wir jetzt hier schon die ganze Zeit drüber sprechen, schon wieder richtig Bock auf die neue Saison, sowohl in der Regionalliga, Dritteliga, als auch Bundesliga, Zweiligeliga. Schade, dass Sommerpause ist, aber wir machen natürlich weiter. Danke dir, Martin. Jetzt für die Einschätzung zu Rot-Weiß-Essen, Rot-Weiß-Oberhausen. Bewertet uns gerne auf iTunes, auf Facebook, Twitter. Schreibt uns, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet und lasst vielleicht ein kleines Sternchen da. Darüber würden wir uns freuen und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Fußball Inside. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Oh, fuck you!